Bei der Wand... Vollsteine! Warte mal, warte, 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 warte... ...die oben mit der Spitze so hacken, oder... ...geht das auch ohne? Geh mit, weil sonst können die draufklettern. Aber das machen wir mit dem zweiten Zug. Zuerst machen wir ein bisschen zu. Kelvin? So, perfekt! Da, wo du stehst, genau da, wo ich dich hab. Steine und... ...fallen lassen. Das war auch speziell, ne? Was da genau da steht, wo du... ...wenn man ihn braucht. Oh. Wir haben einen Besuch. Äh, ich bin hier hinten beschäftigt. Was ist der Besuch? Äh... Ähm... Wie soll ich dir das erklären? Die haben mich gerade gekillt. Der Besuch ist nicht so freundlich. Ja, aber der brennt. Feuer und... ...Rektor Schock. Ich glaub, der liegt nicht mehr lange. Hast du mich gehauen? Ah, dich? Oh. Entschuldigung. Und, äh... ...die Dame hat, glaub ich, den anderen in die Flucht geschlagen oder umgemacht. Hier liegen sie. Junge, kann man denen die Rüstung nicht klauen? Wo ist jetzt Kelvin? Ähm... Der hat die Gewerkschaft angerufen. Den... ...hat man Asyl geboten. Der ist weg. Der ist... Der hat gekündigt. Der hat fristlos gekündigt. Ja, aber so sieht's aus. Guck mal, wo der ist. Ah, der sammelt Steine. Der... Der geht schon Weltreisen für Steine. Okay. Ich dachte schon, der Mitarbeiter ist weggerannt. Äh, Sklave... Äh... Nein, Mitarbeiter. Mitarbeiter des Monats. Wir haben einen. Ähm, hier hättest du nicht zumachen sollen. Die hab ich bewusst offen gelassen. Die kann man aber noch mitnehmen, ne? Nehm ich mal einen. Ja. Hä? Die haben plötzlich wieder... ...mitte F. Ja. Ach so, hier ist Steinweg, ne? Genau. Wir haben drei Wege hier raus. Das ist damit mal mit dem... Ich werd schon wieder ange... ...nö, von hin. Einfach so, aus dem Nichts. Wieder der Bodenschmeckerei hier. Ey! Schande über dich, du Scheiße. Ah! Ich mach mal den Kollegen. Die können einfach immer noch... Die, die Mauer... Die, die Mauer muss stehen. Dann... ...haben wir ein Problem weniger. Dass dann der ganze Afro-Zirkus da noch kommen kann, das ist ein anderes Thema. Aber... Zumindest mal, ähm... Das ist wieder mit mit dem Unkel, ne? Ja, noch nicht, noch nicht. Aber das sieht für mich schon so aus. Ja, ja, ich weiß. Äh, wurde hier, wurde hier, äh... So Baumstämme, ahoy, ne? Hier! Okay, irgendwie geht das. Das find ich dann schon lustig, dass... ...ein Feuer, dass das so geklappt hat... So, come on. Ah, nee, ist das Fleisch durch? Hallo? So, jetzt... Wie geht's? Wie geht's? Das war der coole Storm... Oh, nein! ja man kennt baum fällen ich bin du hast nicht was ich hab noch ein drittel durst ein drittel durst ja ein drittel durst ja ein drittel durst kriegt man das ist ja auch lustig gut ich hab dieses gesehen gibt es wahrscheinlich so der findet eine neue sc ein immer da gab es doch ein paar hölzchen hier hölzchen da so in der art können wir nicht schlafen ist echt zu dunkel um irgendwie zu arbeiten ja gleich vor allem im wald irgendwelche baumstämme suchen das ist total doof jo komm der calvin sammelt fleissig steine guckt hier jetzt sammelt der kleine steine ist der bescheuert ja vorher hat er grosse steine geholt ob die grosse steine trägt ja hier rein oder nicht hier liegt noch ein stein calvin hol steine und fallen lassen grosse steine grosse steine ich glaube das funktioniert nur wenn ich so einen kamin bauen möchte dann denkt der ja der tut will einen kamin bauen hast du die tür geschlossen nein ich bin jetzt ja ich hab das geschafft ich hab alle außer natürlich hier das ding hier müssen wir auch mal eine tür machen aber ja gespeichert und nächsten tag boah mal eine nacht pennen okay mal eine nacht pennen okay okay du musst arbeiten ne das meiste wer sammelt mir hier okay ich machs mal anders kannst du mal den dude hier hinlocken zu mir wer meinst du mit dude da unser kevin äh kelvin fallen unterkünfte wöbel lagerung na kelvin ist da ne ja das macht den hier hin so kelvin elf das machst du ganz super oh 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 still oh oh diese scheiße hat mir noch gefehlt der zirkus hannes der zirkus hannes ja das scheißvieh ey Alter ich muss viermal trinken was davon ja und im wald höre ich schon noch mehr monster du das ist unglaublich ja wir brauchen eine schrubfläche wow wow ups geht's ja ab also ich würde in der form würde ich ehrlich von vorne anfangen das ist geht mir langsam echt auf den arsch aber wie viel hält der typ aus zu viel ich geh mal in den angriff ne ok ich möchte dass der nur ein bisschen brennt mehr nicht nur ein bisschen brennmodi hier aber das geht schon gar nicht what the fuck wow wow jetzt ich muss meine ok du fand auch baumstämme werfen ich bin hält das scheiß ding aus auf jeden fall muss ich jetzt irgendwas fressen oder keine ahnung Junge macht ihr eine steinsammlung ja eigentlich wollte ich dass er die grossen steine holt ja ich glaube die gibt es nicht mehr ja ja wir haben hier keine grossen steine mehr da holt jetzt wirklich kleine obwohl es den grossen gibt was macht er warum schockst du uns einfach 10.000 mal bis er komplett am arsch ist ja jetzt hängen wir durch ja ähm ähm hallo aua ich wollte nur schauen ob da ähm kevin holsteine und die option große steine nein die habe ich ihm gesucht warte was sucht er jetzt ach ach oh man dieser dude ist aller ja der der chillt seine base auch jetzt ist wir müssen unbedingt vielleicht ein spiel spielen mit besserer KI weil hier buckt das ganze dinge rum nicht mehr anfassen nicht mehr anfassen nicht mehr anfassen was macht virginia die spielt wahrscheinlich ein bisschen äh oder ist sie tot nö die spielt wahrscheinlich mit der Waffe ein bisschen rum haben wir ja dann hätte sie vorher mit der Waffe rumspielen müssen darf man ja wenn man will ne ah warte mal kurz ich habe hier ich kann durch bäume bucken warte mal kurz da hinten habe ich noch mehr gefällt glaube ich yo warte mal ich backe mich durch den Baum ok auch die animation ist mit dem Baumstamm reinlegen ist auch nicht mehr so schön aber wow wotels dann hat die alles early access ne man kennt's genau